Hallo hier in YouTube, wir sind ja wieder bei Let's Play Tech It und ähm... Ich hab mich irgendwie komischerweise bewegt. Ne, aber ich hab ähm... Vorhin gerade hab ich mir ein Blickduell mit nem... Mit nem Enderman geliefert. Er hat verloren. Er ist... Er hat sich einfach die Luft aufgelöst. War ihm wahrscheinlich sehr peinlich. Weil er sowas noch nie verloren hat. Und ähm... Ihr kennt... Ihr kennt ihn ja. Aber wenn er gewinnt, dann muss der Verlierer sterben und er ähm... Ja. Deswegen sind wir alle Cheater. Gut, äh... Was ich eigentlich noch sagen wollte. Ich wollt's schon... Ich glaub... Seit... Circa... 30 Folgen oder so. Oder noch länger, vielleicht... Vielleicht sogar schon von den 50 Folgen oder so. Ich wollte grad sagen 500, weil das Schwachsinn. Seit sehr vielen Folgen, sag ich einfach mal. Ähm... Wollte ich schon sagen... Wer mir Fragen stellen möchte, kann das gerne machen. Natürlich. Ist auch klar. Machen auch einige, ähm... Aber was ich noch sagen wollte, wer mir kommen... Also wer möchte, dass ich ne... Ne Frage, also... Irgendwie in nem... Oder vielleicht mal ne Folge drüber rede. Oder einfach mal dazu sage... In nem Video, was ich... Davon halte, was ich... Äh... Sonst was. Kann das auch gerne machen. Also Kommentarfragen mäßig. Ist total ein neues Konzept. Da hab ich, äh... Sehr viele Menschen dafür... Äh... Beschäftigt, das herauszufinden. Das hat, äh... Ungefähr eine Milliarde gekostet. Ist klar. Total kompliziert und alles. Hat auch noch niemand gemacht. Ist klar, natürlich. Ich würde nie irgendwas machen, was jemand anderer schon gemacht hat. Wär ja total, äh... Langweilig und so. Ne, aber es, äh... Falls jemand Bock hat, kann das natürlich gerne machen. Und hier kann man wieder ganz gemütlich runter. Geh nicht in das Licht. Geh nicht in das Licht. Nein, tu das nicht. Ja, äh... Das denke ich mir irgendwie die ganze Zeit. Wenn ich hier runter... Naja, rauf bin ich ja ziemlich schnell. Aber wenn ich hier runter geleite... Ist das so ungefähr das, was mir in den Kopf... Äh, vorschwebt. Äh, schwebt. Rum. Schwebt rum. Rumspaziert. Was kann man noch alles sagen? Was total falsch ist, grammatisch. Alles war ja nicht falsch, aber... Vieles. Was ich jetzt gerade gesagt habe. Es explodiert nicht mehr. Ich finde das immer noch geil. Ich hab's mal... Ich hab das Spiel geknackt. Ich kann das. Total gut. Und alles. Ich hätte eigentlich noch zählen können, wie viel Sand ich jetzt brauche, aber... Was ist los? Ist ja egal. Ist ja egal, ne, ist es. Sand. Sand. Äh, was soll ich mit Sand? Ich will's aber wieder drüben schön haben. Dass es wieder ein... Idyllisches Paradies wird. Ich glaube auch, ich werde... Demnächst mal hier so ein bisschen was umstellen. So... Ach ne, ich wollte sie jetzt eigentlich nicht aufheben. Ähm... So... Zum Thema... Ab wie vielen hier das gesetzt wird mit den Items und so. Weil hier doch ganz schön viel los ist mittlerweile. Ich wette... Mein Inventar wird voll, auch wenn ich das jetzt wegpacke. Brauch nicht, okay. Daneben nicht. Nicht mal hier? Das ist ja... Enttäuschend. Aber was, Jenner... Ach. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass die zu viel sind. Aber okay, okay. Ist für mich kein Problem. Kommt hier, nimm den... Ah, okay. Das erklärt einiges. Nein. Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach anders. Äh... Ja, das ist sehr geil. So. Ein bisschen Ruhe hier. Ach, hier ist ja natürlich dann auch... Ja. Schön. Ach. Ach komm, das ist doch... Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder wirklich? Ja. Das ist schön. Eindeutig, ja. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Warum ist hier... Warum ist hier Coldass drin? So, viel Spaß damit. Wie kommt hier eigentlich noch raus? Warum ist hier schon wieder Coldass... Nee. Ja, ähm... Geil. Geil ist... Es funktioniert nicht. Ich muss jetzt ganz kurz mal... Okay, das ist für mich kein Problem. Ähm... So, hier. Äh, viel Spaß damit. Du, äh... Viel Spaß damit. Ein Stack gehört mir. Danke. So. Ich habe jetzt gerade so einiges an Coldass aufgesammelt. Weil ich möchte hier aber noch... Ich möchte nur noch dieses eine hier so richtig haben und so. Bitte. Oder eventuell ich... Ich hätte es einfach viel einfacher machen können. Und so, dass es auch funktioniert. Ich bin ein Genie. Ich bin ein verdammtes Genie. Äh. So. Grün hier so. Nee, verdammt. Gelb war... Nee, weiß war es. So. Danke. Ach, ja. Ja. Ja, mir fehlen die Warte. Ich packe jetzt einfach mal das hier hin. Weil dann kann ich das jetzt hier umstellen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe... Danke. Wenn ich das jetzt gegen das hier austausche, funktioniert das dann? Jawohl. Geht doch. Zähne knirrisch. Das sollte ich eventuell auch noch hinpacken. Äh. Kann es sein, dass ich hier irgendwie... ... dass du passt hab? Danke. Den wollte ich haben. So. Jetzt verstehen wir uns. Ja, es wird schon irgendwie hinhauen. Es wird schon irgendwie hinhauen. Sagen wir es mal. Ja. Ja, es ist... Rot. Ja, gut. Rot hier, äh... Cool. Cool. Hier ist... Hier ist nicht mal was drin. Das ist ja jetzt... ... überraschend. So ein bisschen. Okay. So, ab jetzt sollte es aber ganz gut funktionieren. Dann noch... Zack, zack. Hier drüben muss ich eh nichts machen. Das ist schon mal gut. Gut, dann packen wir das noch hier rein. So, zack, zack. Fertig. Äh... Äh... Zack, zack. Zack, so. Viel Spaß damit. Kannst du es auch haben. So. Jetzt sind wir aber fertig hier. Jetzt mache ich hier nichts mehr. Ich komme mir vor, als ob ich hier unanständige Sachen mitten in der Renteaufnahme mache. So, aber jetzt scheint das zu funktionieren. Jetzt scheint das zu funktionieren. Gut. Dann, äh... Achso. Können wir auch gleich machen. Räumen wir halt wieder ein bisschen auf, wie üblich. Ist ja klar. Muss auch mal sein. Gut. Dann, ähm... Schauen wir nochmal hier. Wir haben ja... Ne, hier. War das nicht hier drin? Habe ich gar keine mehr? Nöp. Ich habe gar keine mehr. Okay. Ich wollte sonst noch hier ein bisschen Collector und so packen, aber... Habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch dann noch... Achso, hier ist leer. Das ist ja ein bisschen unvorteilhaft, aber zumindest haben wir hier eine MFSU drin. Die hat ja so einen gewissen Puffer, ne? Nein, das wollte ich nicht. Ich finde es sehr schade, dass hier nicht der Lolli am Gerät hier vorne oben leuchtet. Das fand ich ganz nett. Ganz Nietzsche. Wie manche so sagen würden. Dann lassen wir noch ein bisschen leuchten hier unten. Ich finde es sehr schade, dass nur dieses kleine Fuzi-Teil hier leuchtet. Und eben, wie gesagt, nicht der Lolli oben. Ich nenne einfach mal Lolli. Ich weiß nicht, dass... Warte mal. Ich habe den Namen gleich. Der... Wireless Transceiver. Wäre ein bisschen eindeutiger als da unten, wo man eigentlich nicht hinschaut, wenn man es in der Hand hat. Aber okay, okay. Ich habe es... Solange man es... Au. Versteht, irgendwie. Irgendwann. Vor allem. Oh. Hä? Ähm. Ist ziemlich schnell ausgelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, als ich vorhin nochmal nachgeschaut habe, das war vor den... Achso, das ist jetzt das dritte Video, das ich durchgehend aufnehme. Die dritte Folge. Und davor war das noch auf sieben Millionen. Das geht doch ein bisschen schnell. Schneller als erwartet vor allem. Ja, ich muss halt einfach von Zeit zu Zeit dann hier ausmisten. Hier, ne? Ich hatte irgendwie gerade so einen kleinen Schock, deshalb habe ich einfach auf die Boost-Taste gedrückt. Schnell weg hier, schnell weg. Evakuieren. Und ich mache einfach mal wieder zwei Stacks, ne? Passt ja. Passt ja. So. Viel... Das wahrscheinlich eher ein bisschen später. Einfach, damit die dann nicht hier... Bevor sie zu Coolenzellen werden, schon ausgemistet werden, quasi. Ich habe jetzt tatsächlich gerade 60 Minuten verbracht. Aber das ist egal, dann machen wir halt das in der nächsten Folge, was ich eigentlich für diese Folge geplant hatte. Und durch mein chaotisches, äh... Aufnahme... Oh... Musste wieder verdünnisiert habe, dieses... Äh... Diesen Gedankengang. Und der macht auch wieder ein bisschen... Ein paar Moves. Komm, tanz weiter, ist. Ja. Der hat's drauf, der Typ. Oh, ho, ho. Wow. Sogar nach unten und hinten. Er ist, äh... Ja. Gut. Auf jeden Fall, wie gesagt. Ciao. Haha.